Ich heiße John Astro, ich bin 57 Jahre alt und lebe in Queens, New York. Ich bin Taxifahrerin, schon sehr lange, seit fast 26 Jahren. Darüber, was wir verdienen, sprechen wir New Yorker nicht. Globalisierung bedeutet, dass wir für alles, was wir tun, einstehen müssen, sei es Umwelt, Wohnen oder Gesundheit. Dass ich arbeite, ich bin glücklich, wenn ich fahre und Menschen aus aller Welt treffe. Wir nennen uns die Botschafter von New York. Mein Lieblingsessen ist das Essen aus Rumänien, meinem Heimatland. Aber wir New Yorker essen alles Mögliche, hier bekommt man Gerichte aus aller Welt. Überall hin, wenn man Geld hat, dann reist man in alle Länder der Welt. Mein Sohn hat gerade angefangen, Jura zu studieren. Für mich wäre es das Größte, was ich in meinem Leben erreichen würde, wenn er das Studium abschließt. Dann müsste ich auch nicht mehr Taxi fahren. ... ... ...